Ja, ich denke, die Formation, die wir spielen, das entscheidet der Trainer. Ich fühle mich natürlich wohl, ganz vorne zu spielen. Ich versuche natürlich, so gut wie möglich der Mannschaft zu helfen. Mal ist es zum Ball, mal ist es weg vom Ball, aber so in der Mannschaft ist eigentlich alles gut und gute Jungs und fühle mich wohl, ja.